Ganz herzlich willkommen, Herr Olsen. Sie sprechen ja gut Englisch und auch gut Deutsch. Ich werde Ihnen die Fragen auf Deutsch stellen. Sie können antworten, entweder Englisch oder Deutsch, ganz wie Sie wollen. Herr Barmen schildert den ersten Fall für Ihren Ermittler Karl Merck. Um welches Verbrechen handelt es sich? Es geht um eine Frau, eine Politikerin, die viele Jahre vorhanden ist. Und dieser Fall ist ziemlich kalt. Vielleicht hat sie einen Suizid, aber Sie wissen nicht. Als Reiter, Sie wissen alles, und das ist meine Art von schreiben, zu sein, zu sein, zu sein, zu sein und zu sein, zu sein, zu sein, zu sein und zu sein, zu sein, zu sein. Also wissen wir, als Reiter, dass sie sie noch ist. Sie ist in einer Kage, in einer Pressure-Chamber, und sie weiß nicht warum. Und das ist der Grund, der die Reiter in ihren Ermittler zu bringen. Weil Sie auch nicht wissen wissen. Und dann müssen Sie langsam warten, um dieses Fall zu lösen, durch einen sehr langsamen und verabschiedeten Polizisten, Karl Merck. So, he is investigating and he doesn't bother about the case. Meanwhile, we know he is going to die. Karl Merck scheint ja durch seine Vergangenheit ein sehr gebrochener Charakter zu sein. Warum ist der Fall so wichtig für ihn? Well, it's not. It's not at all wichtig für ihn. That's his assistant, who is making him believe he must solve this. And his assistant is a little Syrian, who is cleaning the cellar. And the Syrian, you know, he is quite a character. You don't know why he is there. He has got a story of his own. We are talking about a series of 10 books now. So, this story of the Syrian will evolve. And you don't know why he is so clever in solving mysteries. So, he is helping Karl Merck. Herr Barben, it's the start of a whole series. How many cases will it be? I think it's about 10 cases. So, 10, 11. But I know it's quite a bit. Okay. Rezensenten haben ja immer wieder geschrieben, dass ihren Roman geradezu nach einer Verfilmung schreit. Gibt es dazu schon Pläne? Yes, we have film plans. I already sold the film options. To a Danish company from Last Trier, you know, the director. He is not going to direct this. But it will be a co-production, I hope, between the big Swedish company of SF, who didn't have Stig Larsson. And they are sorry about that. So, they take mine, I hope. And then, I hope so, Bavaria Fernsehen will be a co-producer, too. Thank you. Ganz herzlichen Dank, Herr Olsen. Und eine schöne Mutmesse noch. Thank you. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Vielen Dank.